Ich liebe Reaction-Content, aber dazu kommt auch, dass ich das halt schon mache seit super, super lange. Plus, ich habe noch nie irgendwie negatives irgendwas bekommen von Leuten, auf die ich reacted habe. Ich habe das eher, dass Leute sich gefreut haben, wenn es kleinere Creator waren. Und ich weiß halt von mir selber, dass meine Clips und so weiter in anderen Videos verwendet wurden und Leute auf mich reacted haben, war für mich so krass gut. Das war für mich so ein harter Push. Ich weiß halt nicht, wie das ist, wenn du eh schon in eine Million YouTuber bist. Dann juckt es wahrscheinlich dich nicht, ob ich jetzt darauf reagiere. Dass Simon auf meine Videos reacted hat und zum Beispiel Sascha mich in seine Videos reingemacht hat, war für mich...